Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee eben kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Das ist glaube ich. Ich habe mich klar genug, alles getracht. Bitte, Herr Jung. Warte, Herr Jung. Warte, Herr Jung. Warte, Herr Jung. Soldiers, over here! Hurry up, come on! Cover me! Let's go! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Felgelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Felgelein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020